Der BVB hat seinen unangefochtenen Status als Nummer 2 der Fußball-Bundesliga in den letzten Jahren durchaus abgeben müssen. Kann man dem nun entgegenkommen und kann man es wieder schaffen, auf Platz 2 oder sogar noch besser zu kommen? Oder muss man sich eher nach unten orientieren? Das alles wollen wir uns in dem Video anschauen. Deswegen herzlich willkommen zur Bundesliga-Vorschau der BVB. Zuallererst wollen wir uns natürlich die vergangene Saison anschauen und da ist man auf Platz 5. Würde ja eigentlich nicht mal für die Champions League reichen. Allerdings durch den veränderten Wettbewerb hat man am Ende doch noch einen Champions League Platz und deswegen kann man durchaus durchatmen. Hat man am Ende 63 Punkte und damit 2 Punkte Rückstand auf den 4. RB Leipzig, hat jedoch ehrlicherweise auch richtig viel Abstand zum 6. Alltag Frankfurt. Das sind dann am Ende 16 Punkte, da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Muss man dazu sagen, zu wenig Tore geschossen, zu viele Tore kassiert, das sah zwischendurch echt nicht gut aus. Und dabei muss man dazu sagen, man hatte Spiele, wo es richtig gut aussah. Da hat man richtig guten Fußball gespielt, dann gab es aber auch Spiele, die einfach nur frustrierend für jeden BVB-Fan waren, wo man sich gefragt hat, was der Verein hier mal wieder macht. Gleichzeitig natürlich darf man nicht vergessen, im Hinterkopf war man sogar im Champions League-Finale, was natürlich diese Saison nochmal ein bisschen in ein anderes Licht setzt. Denn insbesondere da hat man ja durchaus einen Erfolg gehabt, auch wenn der ganz große Erfolg leider ausblieb. Muss man sagen, in der Bundesliga zumindest nicht gerade überzeugend, denn sowohl Leverkusen, Bayern, Stuttgart, Leipzig, alle vom BVB. Und das darf natürlich nicht das langfristige Ziel sein. Kommen wir zum Trainer und der hat sich natürlich verändert, denn es ist nicht mehr Edin Terzic, sondern es ist Nuri Sahin. Und nachdem Terzic angekündigt hat, den Verein zu verlassen, war ja relativ klar, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dass es Nuri Sahin wird, der ja vorher bereits als Co-Trainer engagiert wurde. War vorher ja schon mal in der Türkei bei Antalya Sport-Trainer, dort auch durchaus erfolgreich, muss man sagen. Beim BVB jetzt gut ein Spiel bis jetzt in einem Pflichtspiel gehabt, das ja gewonnen im DFB-Pokal. Weil auch das überzeugend, ehrlicherweise hat der jetzt einen Vertrag bis 2027, ist ja so oder so schon eine kleine oder beziehungsweise mittlere große BVB-Legende, die jetzt eben dort als Trainer engagiert wird. Und da bin ich sehr gespannt, weil für mich persönlich sehr schwer einzuschätzen. Hat in der Türkei sehr häufig mit der Viererkette gespielt, hier auch immer ein bisschen variabel. Mal 4-3-3, Mal 4-2-3-1, Mal 4-4-2, hat er jetzt dann unter beim BVB, hat er im DFB-Pokal eben mit einer Dreierkette gespielt. Muss man schauen, wie sich das ausgeht, dann am Ende beim BVB, ob das am Ende häufiger darauf hinausläuft. Denn das bietet sich durchaus an, wenn wir uns gleich den Kader anschauen oder ob er dann zurück wechselt zur Viererkette. Auf jeden Fall Nuri Sahin, wie ich finde, ein richtig spannendes Projekt. Schauen wir uns als allererstes die Abgänge an und hier muss man sagen, wir haben einen Mix aus Vereinslos, momentan natürlich Mats Hummels, dann Spieler, die einfach den Verein verlassen, weil Sinn macht Marco Reus, die Vereinslegende, hört auf beim BVB, wechselt in die USA zur LA Galaxy, gleichzeitig Marius Wolf. Das war ein guter Allrounder, der tut aber nicht so krass wie in Morey, tut ehrlicherweise auch nicht weh. Dann haben wir einen Tom Roth, der geht zur Union Berlin, der sah in der letzten Saison bei Holstein Kiel richtig gut aus. Man hat aber wohl eine relativ hohe, aber man hat eine Rückkaufoption, das macht auch durchaus Sinn. In Polen, man tut auch nicht so wirklich weh und dann natürlich ganz prominenten Niklas Füllkrug. Aber da muss man sagen, 27 Millionen bei einem 31-Jährigen, ich finde es durchaus sinnvoll. Klar, das ist ein guter Spieler, das ist ein durchaus sympathischer Spieler, ein cooler Spieler, aber für 27 Millionen Euro bei dem Alter, da machst du einfach nichts falsch, insbesondere wenn du vorher weniger bezahlt hast und wenn der Spieler auch gehen möchte. Dementsprechend, wie ich finde, hier gutes Business, insbesondere dann, wenn wir uns jetzt auch noch die Zugänge anschauen. Und damit kommen wir zur Zugangsseite. Man hat natürlich wieder junge Spieler, die aus der Jugend hinzukommen. Inwiefern die jetzt viel spielen werden, sei mal dahingestellt, dann hast du Nian Kutu, da bin ich sehr gespannt drauf. Der kommt von Manchester City erstmal leihweise, da habe ich total Bock drauf. Der Rechtsverteidiger halte ich für einen richtig, richtig spannenden Spieler. In der vergangenen Saison hat der mir richtig gut gefallen. Dazu natürlich die beiden Stuttgart-Boys, nenne ich sie einfach mal, mit Zeru Girassi und mit Waldemar Anton, 22,5 beziehungsweise 18 Millionen. Insbesondere bei Girassi müssen wir ganz klar sagen, der würde natürlich deutlich mehr kosten, wenn er nicht diese Ausstiegsklausel gehabt hätte. Und wir müssen mal schauen, inwiefern dann bald auch richtig zu 100%ig fit ist. Aber wenn er das ist, wenn er an sein altes Peak drankommt und ich meine, der ist erst 28, da gehe ich stark von aus. Boah, da hat man dann halt auch einfach sich clever verstärkt. Muss man ganz klar sagen, dann muss man auch das, was ich bereits gesagt hatte, Niklas Füllkrug, einfach gehen lassen. Weil mit Zeru Girassi, da hast du einfach brutale Qualität dazu geholt. Pascal Groß kommt dann ebenfalls dazu. Der 33-Jährige kommt von Brighton für insgesamt 7 Millionen Euro. Und wir wissen, wer die DFB-Nationalmannschaft mal verfolgt hat oder auch mal Brighton geschaut hat. Pascal Groß ist halt einfach ein absolut abgezockter Spieler. Ein guter Spieler, der so viel Ruhe am Ball hat, wie ich finde. Eine richtig gute Verstärkung. Und dann für mich ehrlicherweise nicht Girassi, sondern Maxi Bayer. 21 Jahre alt für 28,5 Millionen Euro. Klar, auch vom Marktwert, beziehungsweise von dem, was man bezahlt hat. Der teuerste und der Königstransfer. Aber auch vom Spieler her für mich der Königstransfer. Weil ich glaube, der kann in den nächsten paar Jahren so sich krass weiterentwickeln. Ich halte sehr, sehr viel vom Maxi Bayer. Bin total gespannt. Hat mir schon seit vielen Jahren, sowohl bei Hannover in der Laie, als auch bei der TSG Hoffenheim, richtig gut gefallen. Und es wirkt halt einfach beim BVB so, als wenn man so ein bisschen da reingeschlittert wäre. Aber ich glaube, das kann Gold wert sein in den kommenden Jahren für den BVB. Ich blende euch hier natürlich wie immer den Kader ein. Und mit momentan 509 Millionen Euro Marktwert gesamt ist man auf Platz 3. Hinter Bayer Leverkusen und natürlich Bayern München ist ja ganz klar. Und man muss sagen, es kann sich noch ein bisschen was verändern. Was ist mit dem Yusuf von Moukoukou und noch ein, zwei weiteren Spielern. Da kann also sich durch noch aus ein bisschen was bewegen zumindest. Aber insgesamt, der Kader ist schon gut. Das ist ganz klar. Der Kader hat schon eine brutale Qualität auf jeder einzelnen Position. Ich habe jetzt ehrlicherweise noch nicht gehört, weil dieses Video nehme ich gerade quasi direkt nach dem DFB-Pokalspiel auf. Was mit Kobel ist, bedeutet, ob der wirklich wieder fit ist. Ich hoffe es doch einfach mal, weil es wäre halt brutal ärgerlich. Der hat immer in aller Regelmäßigkeit mal ein paar Probleme. Musste ja jetzt ausgewechselt werden. Und dementsprechend bin ich hier sehr gespannt darauf. Ansonsten der BVB in der ersten Reihe als auch in der zweiten Reihe richtig, richtig gut besetzt. Habe ich total Bock drauf, den spielen zu sehen. Und man muss auch ganz klar sagen, bietet es sich auch einfach an, dass man mal wieder ein bisschen offensiver spielt. Weil das unter Edin Terzic, Entschuldigung, aber das ging mir schon echt auf den Sack, wie defensiv man dort gespielt hat. Ich blende euch jetzt hier mal eine Ausstellung ein und ich habe jetzt hier einfach mal eine Dreierkette aufgebaut. Einfach, weil ich es so geil finde, da einfach mal zu überlegen, in Süle, in Anton und in Schlotterbeck in die Innenverteidigung zu ballern. Ich meine, ey, alleine die drei Namen da hinten ist brutal. In Süle wirkt ja dazu auch noch wie ein Neuzugang. Das ist einfach eine unfassbar gute Qualität. Und das könnte richtig Spaß machen, wenn die fit bleiben. Und wenn die vor allen Dingen auch mal von der Leine gelassen werden, wenn die auch einfach mal offensiv richtig gut mitspielen dürfen. Kommen wir zum Fazit. Der BVB ist in der Qualität im Vergleich zur letzten Saison definitiv besser geworden. Die große Variable ist für mich jetzt Nuri Sahin, weil ich noch nicht genau weiß, wie das am Ende wird. Es gibt ein, zwei Spieler, da bin ich noch nicht so überzeugt von. Ich weiß noch nicht genau, wie ich überzeugt bin von Emre Can zum Beispiel als Kapitän dann auch noch. Ich mag den von der Mentalität ja total gerne, aber es gibt schon so das ein oder andere Thema, was den Spielstil angeht, der mir nicht so wirklich gut gefällt. Aber ich glaube, der BVB wird besser abschneiden. Man wird mehr Möglichkeiten haben und die Leute, die die Prognose gesehen haben, haben ja auch vielleicht gesehen, ich habe den BVB auf Platz 3 getippt. Und das ist auch so, was ich ihm geben würde. Platz 3, 4, das wären so die Plätze, wo ich sagen würde, yo, da stelle ich mir am Ende beim BVB vor. Und damit muss man dann in dieser Saison auch ehrlicherweise zufrieden sein, denn Bayern München und Bayer Leverkusen schätze ich einfach nochmal eine Stufe drüber ein, was an dem VfB Stuttgart, was an RB Leipzig und eben dem BVB angeht. Das wird dann Nuancen sein, das wird dann auch mal Matchglück sein und vielleicht auch die Frage einer Konstanz. Deine Meinung zum BVB, zum Kader und wo landet man am Ende? Unten in die Kommentare und dann sehen wir uns natürlich zur nächsten Mannschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017